Und jetzt haben wir natürlich auch in der ganzen Welt geforscht nach den besten Garagenfunk-Bands usw. Und ich hoffe, ihr unterstützt auch die Bands von außerhalb. Diese gut aussehenden Männer, die aus Köln, Leichschnicken und Ruppertal kommen und hervorragende Melodien vermischen mit Rock und abrocken. Hier ist die Leitmann schon oben? Ah, die reicht jetzt oben, okay. Am besten halten wir euch jetzt immer an eurem Partnerfest und zweit ihr oben bei dem Fruck, der jetzt aus dem Wasser kommt. Gleich kommen noch, direkt danach spielen die Shells, die ich schwer empfehle. Danach kommen die K4, danach kommen die Flusis, danach kommen die Girdshakes und danach spielen die 666. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen. Alle jetzt nach vorne kommen. Ganz wichtig, sonst wird die Band keinen Ton anzuspielen. Ihr beide dürft zu hören. Okay, ich hab ein bisschen zu viel gebringet. Chris Loblas kommen hier jetzt aus. Lübeck! Lübeck! Und Namen, wir sind die Bruttoalteier aus Erfurt! Allen! Lübeck! Lübeck! Und irgendwie nicht, wenn ich nicht uns downfâte will. Du bist ja X. Du bist ja X. Und bei Rad CHEERING Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Frage an die Musiker hat einer und was? Dieses Hed war für die besten Polizisten der Welt. So, ich habe jetzt mal angesprochen, was die tiefe Gegenseite ist, ist wichtig. Fluff Rolls. So, ich habe jetzt einen weiteren Wörter und was? Das war's für heute. Musik 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 Ich habe mich wie heute in der Welt zurückgelegt. Ich weiß, wie ich nichts mehr losbe. Ich weiß, wie ich nicht mehr losbe. Ich weiß, wie ich es bin, wie ich es bin. Ich weiß, wie ich nicht mehr losbe. Ich weiß, wie ich nicht mehr losbe. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung!